Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Ich heiße Marie und heute zeige ich dir, wie du unser zauberhaftes romantisches Frühlingstraumdesign ganz einfach nachmachen kannst. Zuerst trägst du einen Dehydrator auf den Naturnagel auf. Lasse ihn für einen kurzen Moment an der Luft trocknen. Feile dann deinen Naturnagel in Form. Wähle die richtige Tippgröße aus und klebe den Tipp auf den Nagel. Anschließend wird dein Nageltipp gekürzt und in Form gefeilt. Um die Modellage vorzubereiten, bufferst du den Nagel vorsichtig an und entfernst gründlich den Pfeilstaub. Auf den Naturnagel trägst du etwas Primer auf und lässt ihn ebenfalls für einen Moment an der Luft trocknen. Jetzt wird eine Schicht Grundiergel aufgetragen und für zwei Minuten im UV-Gerät ausgehärtet. Anschließend trägst du das Make-Up Gel Natur auf den gesamten Nagel auf. Lass das Gel wieder für zwei Minuten aushärten. Das Farbgel Vivid Pink Metallic wird nun von der Nagelspitze bis zur Nagelmitte mit dem Konat Airbrush Sponge aufgetupft. Die Nagelspitze malst du mit einem Pinsel noch einmal etwas kräftiger nach. Zur Nagelmitte hin tupfst du das Gel mit einem Schwämmchen auf, um einen schönen Farbverlauf zu erhalten. Wieder zwei Minuten aushärten lassen, die Schwitzschicht wird danach nicht entfernt. Tauche den Pinsel in etwas Aufbaugeh klar dünn und nimm anschließend die Illusion Glitter 1 Crystal auf. Tupfe das Glitter auf die French Spitze und lass das Gel wieder aushärten. Wähle nun deine Stickermotive aus dem White Roman Stickerbögen aus. Die Sticker sind hauchdünn und lassen sich ganz einfach mit einem Hufstäbchen vom Trägerblatt lösen. Lege nun deine Stickermotive auf den Nagel und schiebe sie mit dem Hufstäbchen an die richtige Position. Deinen Aufbau modellierst du mit dem Fiberglasgel. Nach dem Aushärten feilst du deine Modellagen in Form und bufferst den Nagel vorsichtig an. Für die perfekte Haltbarkeit versiegelst du dein Design mit dem Carbon Colors Topcoat. Ein letztes Mal aushärten lassen und mit dem Topgloss Cleaner die Schwitzschicht entfernen. Der Topgloss Cleaner bringt deine Nägel wunderschön zum Glänzen und pflegt sie durch die zusätzlich enthaltenen Öle optimal. Die White Roman Sticker gibt es in vielen verschiedenen Designs. Mit den edlen Glitzersteinchen und dem glamourösen Schwarz-Weiß-Design liegst du voll im Trend. Ich hoffe, dass ich dich für unser romantisches Frühlingsdesign begeistern konnte. Eine Übersicht unserer Sticker und Farben findest du im Online-Shop. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir deine Marie.